Wenn man das Ganze heute hört und diesen Einblick bekommt, dann hat man erst mal das Gefühl, es handelt sich um ein absolut verrücktes Planspiel. Das ist es natürlich nicht. Die 58-jährige Birgit Malzsack-Winkemann saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag. Sie ist von Beruf Richterin und offenbar Mitglied des mutmaßlichen rechten Terrornetzwerks, das angeblich einen Umsturzversuch plante. In Wannsee wurde sie am frühen Mittwochmorgen von Spezialkräften der Polizei und des Bundeskriminalamtes festgenommen. Sie sei von der Gruppe bei einem erfolgreichen Putsch als Justizministerin vorgesehen gewesen. Der grüne Politiker Sven Kindler teilte am Mittwoch seine Erinnerungen an Malzsack-Winkemann auf Twitter. Da hat sie oft und lange ihre wahnhaften Verschwörungsthesen zu Corona, Impfen, Geflüchteten oder der UN ausgebreitet. Die Hassrede der AfD sei brandgefährlich und führe zu Taten. Und was sagt unsere Innenministerin Nancy Faeser dazu? Zitat Ich gehe davon aus, dass die Bundestagsverwaltung schnell reagiert. Ende des Zitats Es sei bitter, wenn jemand als ehemalige Abgeordnete Zugang zum Deutschen Bundestag hat. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sollen Malzsack-Winkemann und die übrigen Festgenommenen spätestens morgen dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe vorgeführt werden. Der Grund? Malzack-Winkemann soll laut Senat während ihrer Zeit im Bundestag in Plenardebatten und auch über soziale Medien in ausgrenzender Weise und mit konstruierten, offensichtlich falschen Behauptungen sich zu Flüchtlingen geäußert haben. Berlins Justizsenatorin Lena Kreck hatte die Versetzung im Sommer dieses Jahres beantragt. Mitte Oktober wies das Dienstgericht für Richter den Antrag der Senatsjustizverwaltung allerdings zurück. Reden im Bundestag seien laut Grundgesetz frei und geschützt und dürften zu keinen dienstlichen Sanktionen führen, sagte der Richter in der Verhandlung. Dies sei in dem Verfahren deshalb nicht verwertbar. Nach der Festnahme am Mittwochmorgen sieht sich die Berliner Justiz nun aber in ihrer Beurteilung der AfD-Richterin bestätigt und will erneut versuchen, gegen Malzack-Winkemann vorzugehen. Zitat, wir werden alle Instrumente ausschöpfen, um die Beschuldigte vollständig aus dem Richterdienst zu entfernen. Ende des Zitats. Weil nicht jeder zeigt es vielleicht auch nach außen, was er plant. Nicht jeder gibt auch von sich Kunden, dass er Waffen zu Hause hat. Was haltet ihr von dieser Razzia? Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Aus der AfD-Partei heißt es, Malzack-Winkemann sei seit ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag ziemlich abgetaucht. Das habe man aber auch darauf zurückgeführt, dass sie wieder ihre Tätigkeit als Richterin aufgenommen habe und deswegen die Füße stillhalten musste. Vorher habe sie sich durchaus aktiv an Debatten, vor allem in parteiinternen Chats, beteiligt. Dass die Richterin aktiv dem als rechtsextrem bewerteten Flügel der AfD angehörte, habe man aber eher nicht wahrgenommen. Die heutigen Durchsuchungen zeigen einmal mehr, welche Bedrohung von den Anhängern der Reichsbürgerszene ausgeht, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger. Man werde sich diesen Gefährdungen weiterhin mit aller Entschlossenheit entgegenstellen. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner, sagte der Berliner Morgenpost, Zitat, Das Ausmaß der Bedrohung durch die Reichsbürger erreicht mit den bewaffneten Umsturzplänen eine neue Qualität, Zitat Ende. Die Szene radikalisiere sich immer stärker und müsse weiterhin intensiv vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Dabei forderte Wegner, dass das Netzwerk, zu dem mutmaßlich auch eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete zählte, vollständig ausgeleuchtet werden müsse. Es müsse geklärt werden, inwieweit sich auch andere Teile der AfD an den Putschplänen beteiligt haben, Zitat, Perfektes Framing der AfD, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, eine AfD-Richterin aus Berlin medienwirksam entfernt und die gesamte AfD wie immer ins schlechte Licht gerückt, gleichzeitig aber auch erreicht, dass plötzlich auf einen Schlag die Messertat von gestern nicht mehr im Fokus steht. Manchmal hat man echt den Eindruck, hier läuft alles irgendwie nach Drehbuch ab. Ja, wenn man das Ganze heute hört und diesen Einblick bekommt, dann hat man erstmal das Gefühl, es handelt sich um ein absolut verrücktes Planspiel. Gebt mir ein Like und abonniert bitte den Kanal. Vielen Dank.